Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 5,0 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der Dämpfer macht einen soliden Eindruck und dämpft spürbar die Vibrationen. Da ich es am Motorrad benutzen möchte, werde ich das reale Ergebnis erst im Frühjahr sehen. Gute gemacht. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung. Bis zum nächsten Mal.